An der EHF Champions League 2010 Elftel nahmen 33 Handballvereinsmannschaften teil, die sich in der vorangegangenen Saison in ihren Heimatliegen für den Wettbewerb qualifiziert hatten. Es war die 51. Austragung der EHF Champions League bzw. des Europapokals der Landesmeister. Die Pokalspiele begannen am 3. September 2010. Das Finale im Final vorfand am 29. Mai 2011 zum zweiten Mal in der Kölner Langs-S-Arena statt. Titelverteidiger war der deutsche Verein THW Kiel. Das Finale zwischen BMG Udad Real und dem FC Barcelona konnte der FC Barcelona für sich entscheiden. Modus Qualifikation Die Qualifikation wurde im Rahmen mehrerer Turniere ausgetragen. Drei Gruppen a vier Teams, wobei jedes Team in einer Gruppe einmal gegen jedes andere Team spielte. Pro Gruppe qualifizierte sich das beste Team. Die ausscheidenden neun Teams zogen in den EHF Pokal ein. Gruppenphase Es gab vier Gruppen mit je sechs Mannschaften. In einer Gruppe spielt jeder gegen jeden ein Hin- und Rückspiel. Die jeweils vier Gruppenbesten erreichen das Achtelfinale. Die ausscheidenden Teams zogen nicht in den EHF-Europapokal der Pokalsieger ein. Achtelfinale Das Achtelfinale wurde im K.O.-System mit Hin- und Rückspiel gespielt. Der Gewinner jeder Partie zog in das Viertelfinale ein. Viertelfinale Das Viertelfinale wurde im K.O.-System mit Hin- und Rückspiel gespielt. Der Gewinner jeder Partie zog in das Halbfinale ein. Final vor Zum zweiten Mal gab es ein Final-Vorturnier, das Halbfinale und Finale wurde am 28. und 29. Mai 2011 in der Lanxess-Arena in Köln ausgetragen. Das Halbfinale wurde im K.O.-System gespielt. Die Gewinner jeder Partie zog in das Finale ein. Der Verlierer jeder Partie zog in das Spiel um den dritten Platz ein. Es wurde pro Halbfinale nur ein Spiel ausgetragen. Auch das Finale und das Spiel um Platz 3 wurde im einfachen Modus ausgespielt. Qualifikation Die Auslosung der Qualifikation fand am 22. Juni 2010 um 11 Uhr in Wien statt. Es nahmen zwölf Teams, die sich vorher für den Wettbewerb qualifiziert hatten, teil. Das Turnier der Gruppe 1 fand vom 3. September bis zum 5. September in der Handball-Arena Rieden-Worcloster in Bregenz statt. Der Tabellenerste qualifizierte sich für die Gruppe B in der Gruppenphase. Die anderen drei nahmen an der zweiten Runde im EHF-Pokal teil. Das Turnier der Gruppe 2 fand vom 3. September bis zum 5. September in der Dragau-Kaisa in Porto statt. Der Tabellenerste qualifizierte sich für die Gruppe C in der Gruppenphase. Die anderen drei nahmen an der zweiten Runde im EHF-Pokal teil. Das Turnier der Gruppe W fand vom 3. September bis zum 5. September in der Europahalle in Karlsruhe statt. Der Tabellenerste qualifizierte sich für die Gruppe A in der Gruppenphase. Die anderen drei nahmen an der dritten Runde im EHF-Pokal teil. Gruppenphase Die Auslosung der Gruppenphase fand am 22. Juni 2010 um 11 Uhr in Wien statt. Es nahmen die drei Sieger der Qualifikation und die 21 Mannschaften, die sich vorher für den Wettbewerb qualifiziert hatten, teil. Qualifizierte Teams Gruppenentscheidungen Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Achtelfinale Die Auslosung der Achtelfinale-Spiele fand am 7. März 2011 um 19 Uhr in Wien statt. Im Achtelfinale traf immer ein Gruppenerster auf einen Gruppenvierten und ein Gruppenzweiter auf einen Gruppendritten einer anderen Gruppe. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten hatten das Recht, das Rückspiel zu Hause auszutragen. Die Hinspiele fanden am 24., 26., 27. März 2011 statt, die Rückspiele am 31. März und 2. 3. April 2011. Viertelfinale Die Auslosung der Viertelfinalspiele fand am 4. April 2011 um 18.30 Uhr in Wien statt. Im Viertelfinale traf immer eine Mannschaft aus Hälfte A auf eine Mannschaft aus Hälfte B des Achtelfinales. Die Mannschaften aus Hälfte A hatten das Recht, das Rückspiel zu Hause auszutragen. Die Hinspiele fanden am 21., 23., 24. April 2011 statt, die Rückspiele am 30. April und 1. Mai 2011. Final vor Für das Final vorqualifiziert waren. Die Auslosung der Halbfinalspiele fand am 2. Mai 2011 in Köln statt. Die Halbfinalspiele fanden am 28. Mai 2011 statt. Der Gewinner jeder Partie zog in das Finale der EHF Champions League 2011 ein. Rhein-Neckar Löwen FC Barcelona Schiedsrichter BMG Udat Real HSV Hamburg Bitter Sandström Schröder Lindberg Hens Dufniak K Lijewski Fori G G Jansen Lakovic Flor B G Kraus M Schiedsrichter Das Spiel um Platz 3 fand am 29. Mai 2011 statt. Rhein-Neckar Löwen HSV Hamburg Bitter Sandström B G Schröder Fori K Lijewski Hens Jansen Dufniak G G Kraus M Schiedsrichter Finale Das Finale fand am 29. Mai 2011 statt. FC Barcelona BMG Udat Real Hombradus Kareno Rodríguez Jurkiewicz Lazarus Entrerios Abalos Kanellas Rodríguez Aginagalde Kellmann Parondo Davis Dinard Guardiola Villaplaner Scheviljoff Moros Schiedsrichter Statistiken Torschützenliste Die Torschützenliste zeigt die 10 besten Torschützen in der EHF Champions League 2010 Elftel. Zu sehen sind die Nationen des Spielers. Der Name, die Position, der Verein, die gespielten Spiele. Die Tore und die O-Tore. Der erstplatzierte war Torschützenkönig der EHF Champions League 2010 Elftel. Siehe auch